Premier League, Tottenham Hotspur stark, aber Manchester City. Stahlharte Spurs stellen Man City in den Schatten. Eine Analyse der Premier League England, das Mutterland des Fußballs, hat schon immer Teams hervorgebracht, die weltweit Beachtung finden. In der vergangenen Saison war es jedoch eine Mannschaft, die alle Erwartungen übertraf, die Tottenham Hotspur. Im gnadenlosen Wettbewerb der Premier League ging Tottenham als Anwärter für den Titel hervor und stellte dabei selbst den Branchenriesen Manchester City in den Schatten. Tottenham Hotspur. Ein Koloss erwacht. Unter der Führung des argentinischen Trainers Mauricio Pochettino haben die Spieler von Tottenham einen massiven Leistungssprung vollzogen. Der sichtbarste Beweis dafür ist der Kampf um den Titel der Premier League. Die Spurs, die in den letzten Jahren eher ein Underdog-Dasein fristeten, fanden sich plötzlich in Gefechten mit Giganten wie Manchester City wieder. Die Schlüsselrolle spielten hierbei einerseits die eindrucksvollen Leistungen der Mannschaftskollegen Harry Kane und Dele Alli, andererseits der unglaubliche Zusammenhalt und die Motivation innerhalb des Teams. Die Spurs konnten Spiele mit einer Konstanz und Disziplin umsetzen, die selbst erfahrene Beobachter des Premier League Geschehens staunen ließ. Mauricio Pochettino, der Mann hinter dem Wunder. Mauricio Pochettino, aus Argentinien stammend und ehemals ein herausragender Abwehrspieler, hat sich als Trainer einen Namen gemacht. Bei Tottenham hat er bewiesen, dass er nicht nur über taktische Fähigkeiten, sondern auch über das notwendige Gespür für Menschenführung verfügt. Mit einer Mischung aus harter Arbeit, taktischer Disziplin und einer guten Portion Leidenschaft hat Pochettino aus einem Mittelfeldteam einen wahren Titelanwärter geformt. Die Spieler von Tottenham Hotspur haben seine Philosophie verinnerlicht und auf dem Spielfeld umgesetzt mit teils verblüffenden Ergebnissen. Manchester City, ein Gigant wankt. Manchester City ist ein Klub, der durch seine Investoren nahezu unbegrenzte Finanzmittel zur Verfügung hat. Trotz dem finanziellen Schub, dass sogar einige der besten Spieler der Welt wie Kevin De Bruyne und Aguero verpflichtet werden konnten, konnte City in der vergangenen Saison nicht mit Tottenham mithalten. Nicht das Geld, sondern die Ausdauer, die Geschlossenheit und das gemeinsame Ziel des Sieges bergen immer noch den Schlüssel zum Erfolg. Das hat Tottenham Hotspur in beeindruckender Weise bewiesen und sich die Sympathien vieler Fußballfans weltweit gesichert. Die Rolle der Premier League. Die Premier League gilt als eine der stärksten Fußball-Ligen weltweit. Vereine wie Manchester United, Chelsea und Manchester City sind auf globaler Ebene bekannt und gehören zu den besten Teams der Welt. Die aktuelle Leistung von Tottenham Hotspur zeigt, dass die Premier League jedoch auch Raum bietet für Teams, die ihren Platz an der Sonne suchen und finden. Die Premier League ist mehr als nur Challenge und Etalons. Sie ist ein Ort, an dem Underdogs zu Champions werden können. Tottenham Hotspur ist das neueste und schillerndste Beispiel dafür. Aus der Grauzone der Mittelfeldteams sind sie mit Nachdruck an die Spitze gestürmt und geben damit auch anderen englischen Teams Hoffnungen auf einen ähnlich spektakulären Aufstieg. Die vergangene Saison der Premier League hat bewiesen, dass es nicht immer die gleichen Teams sein müssen, die den Thron besteigen. Mit der richtigen Mischung aus Talent, Disziplin, Trainerleistung und Teamgeist kann man auch scheinbare Giganten wie Manchester City in den Schatten stellen. Tottenham Hotspur hat das eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Die Spurs haben gezeigt, dass man auch ohne das größte Budget den Gipfel des Fußballs erklimmen kann und dass das Herz einer Mannschaft oft schwerer wiegt als der finanzielle Aspekt des Spiels. Von Anita Farke, Mittwoch, 15. Mai 24.